Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit euren Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Ja, was habt ihr heute Schönes für euch? Eine fußballspezifische Warm-up-Übung, die mein Torwarttrainer mit unseren Torhütern absolviert hat. Ja, das ist ja nicht nur für die Torhüter möglich, sondern auch für Spieler. Ich finde es sehr fußballspezifisch hier mit Fußarbeit der kleinen Hürden und dann über etwas größere Hürden, wo sie rüberspringen. Gerade Sprünge wie seitliche Sprünge, wie man hier sieht. Dann natürlich in die Ringe reinspringen und halten. Jetzt leider nicht so wie der Kollege es macht hier, auch nicht mit dem ganzen Fuß, sondern mit dem Vorderfuß kurz hält. Ein bisschen länger halten würde ich mir hier wünschen, definitiv. Ja, und dann das genaue Passspiel. Genau, das ist auch wichtig heute im Torwartspiel, allerdings aber auch für die Spieler. So haben sie ein bisschen Ballarbeit, dann den zugespielten Ball, den Fuß richtig reinzuhalten. Solche Geschichten sind da natürlich gefragt. Immer wieder Konzentration auf den Ball und dann natürlich wieder weiter in die Station zu gehen. Ja, jetzt habt ihr auch diesen kleinen Warm-up-Parcours kennengelernt. Lasst doch einfach mal ein Feedback da oder probiert es aus und dann kommentiert, wie es euch gefallen hat, wie es bei euren Jungs ankam. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.